Schlechtes Internet Ah, 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 ah Junge! Ich war gerade dabei die Scheiße mit dem Labyrinth zu machen Ich stell mir ganz kurz meine Ravioli umherd, okay? Willkommen zu dieser tollen Folge Among Us mit der Crew Bitte stellt euch mal vor Wir haben hier mit heute Basti Basti? Jule XD Ich bin der Primmel-Monfor Login Und Tristan Ich bin der Typ, den keiner macht Ey, wir sagen jetzt so was! Sei jetzt nicht schon wieder so Vorstellungen haben wir fertig, wir können anfangen Du hast Julien Ach so Egal Das ist Julien Oh, schon wieder im Post Ohoho 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 Ohohoho War auch schon wieder Vibrator geworden Okay, jetzt ganz schön gefährliche Situation Ach so Das muss man zählen Ohoho Julien Julien? Okay Ich bin der Spiel verlassen Der Host! Julien, bist du noch da? Login, was mit Julien? Gut, dass du das mal weißt Gut, dass du das mal weißt Imagine left in the game Endlich mal irgendwas spannendes passiert hier Imagine left in the game Ja, ich bin rausgeflogen Imagine left in the game Imagine, man ist einfach der Host Was ist das? Was ist das? Deine Mutter Was? Nein, William ist es Oh mein Gott, ich dachte, das wäre das Internet Nein Junge Ich war grad dabei, die Scheiße mit dem Labyrinth zu machen Ich war fast fertig Ich weiß, was es ist Ich will nur gesagt haben Ich bin Engineer und Basti Weißes auch Ich beliefe euch mal Es ist Lukas Es ist Lukas Es ist einfach Lukas Weiß ich nicht Weil Ben da einfach zu dumm ist und ich Tristan safen kann Ich mach gleich hier meine Ravioli auf Ich hab jetzt Hunger Sollte Ben zu dumm sein So was? Ich hab das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt Guck mal, mein Name war sogar verändert Ben hat die ganze Zeit nie eine Scheiße gemacht Ich hab in der Zeit, wo ich Among Us nicht mehr gespielt habe, ich einen PC gekriegt Ich sag, dass es Lukas ist Und wenn es nicht stimmt, stimmt es halt nicht Okay, ich vote Hm Jetzt wirklich Lukas Worte Ja ich Junge Hä? Was denn? Sass Personen werden halt gevotet Julian Ich weiß Nein, nein, nein Hör mir zu Ich kann Tristan safen Ich kann Tristan safen Und Ben Ben ist einfach behindert Und Ben hab ich auch gesehen Also kannst nur du sein Ich bin durch specimen nach hochgegangen Nach hochgegangen Nach hochgegangen So euch zu Leitz Wo ist denn Leitz? Ey Junge, können wir das nächste Mal Das ist oben in der Ecke Können wir das nächste Mal bitte Airship nehmen? Bitte Nein Junge Warum? Ne ich meine die normale Map Sascha hat dann gekillt Das Geld können wir gerne eine Runde spielen Das Geld können wir spielen Wo wurde Sascha denn gekillt Tristan? Ähh Wie hei... Wo ist der Button? Darunter Darunter Vor diesem komischen Raum Ich schätze das Lukas ist Warum hat Logan eigentlich einen blauen Daumen nach unten bei dir? Weil du mich gevotet hast für Spaß Achso Tristan votet wenn mit mir Nein nein Vote Lukas Es ist safe bei Lukas Ey Junge Die Leute mit dem Mit dem geringsten Level hier Die sind safe Ja wir hätten mal bitte einmal zuhör Das jetzt echt nicht Nein nein Deadman don't talk Ne warte mal bitte Ich weiß was du meinst Julian du bist tot Was? Was? Ihr habt mich ja eben auch nicht gevotet Ihr habt mich ja auch nicht gevotet Ja ich hab dich trotzdem gevotet Ich hab mich ja auch nicht gevotet Aber Deadman don't talk Ja bitte Nur live people dürfen Ich bin jetzt auch angepisst Ja aber du Die macht die sollte Deadman don't talk Deadman don't talk Deadman don't talk Deadman don't talk Deadman's journey Ja dieft euch AHHHHH Ich kotze es an die Sind alle jetzt gedieft Mich fack Mich fack diese scheiß Labyrinth hier grad ab Soll ich mich jetzt tief nach mit dir über mich fässer können oder was? Sehe ich jetzt an... Ich mags mit controller zu spielen das endet doch mal so ein bisschen schön scheiße hier Ja... Ähm... Ich hab... Ich hab Tristan Wenden gesehen Tristan ist Ingenieur Tristan ist Ingenieur Ja salz Aber ich sag das ist Lukas Weil Lukas mich umbringen will, weil ich gesagt habe, dass es Lukas ist, damit die anderen dich nicht wollten Was? Ich wollte nur noch... Ich wollte nur noch... Ich wollte nur noch... Ich wollte Lagen trotzdem... Was? Ja du bist Imposter Weil... Ben... Du bist Imposter, weil Ben... Also Ben... Mit Ben war ich in Specimen rechts oben und Mitte unten, ja? Ja... Ja... Und Tristan war auch bei mir ab und zu Und du hättest mich sofort umgebracht, weil du... Ey... Das kann nicht sein... Das kann nicht sein, weil ich war so... Wie die ganze Runde mit Tristan gemeinsam Hey... Ich hab Tristan auch gesehen Du bist noch muted Ich wollte... Also... Es ist stimmt... Lukas und ich, wir waren die ganze Runde zusammen For real Das ist Lukas Wieso? Was er denn macht? Was jetzt... Hör mit dieser Scheiße aus auf... Wegen Lukas und Juli ist fucked up Lass einfach dieses dumme Spiel normal spielen For real Ich sage, dass es Lukas ist Weil ich denke, dass es Lukas ist Begründe Hm? Hab ich doch gerade gesagt! Tut mir leid, ich hab dich nicht gehört Während sie so nennt und würden sie das wiederholen Benherte hat genug Zeit gehabt, mich zu töten Ja... Aber hab ich nicht, weil ich nicht Imposter bin Ja... Und ich hab genauso langweilig bei Tristan und hätte den easy killen können Also wieso... Ja ne... Weil du denkst Weil du denkst Dass du mich als erstes umbringen musst Weil ich sage, dass du es bist Das soll ich das tun Da würde ich ohne Debug nicht das machen Weil es die letzte Runde auch so war Als ich das immer gesagt habe Nein Doch... Die letzte Runde, wo wir immer gespielt haben Wo ich gesagt habe, dass du es bist Hast du mich umgebracht Nein Ja, dann lass es skippen Ja... Das ist Lukas Das ist Lukas Ich bin immer noch nicht tot Ich bin immer noch nicht tot Ich bin immer noch nicht tot Aber du bist gereftet Nein Er ist tot Er ist tot angezeigt Also darf er in den Rennen Diefen Halt's Maul Hat sich ja bis jetzt Er hat sich ja bis jetzt Hast du und Ben Ihr habt euch da ja super gut dran gehalten Vor allen Dingen auch Ahhhh Ja, Muten Äh, Diefen Nicht Muten Ja, Sascha Gibt es aus Da, ich brauchst die für den jetzt Wenn er sich jetzt nicht von alleine... Alter Junge So ein Spasti Alter, ich habe keine Lust mehr Ich will mit dem nicht mehr zocken Ich mache jetzt noch die Aufnahme zu Ende Und dann gehe ich So Dornbusch, Alter Wo muss ich eigentlich hin? Sorry Beide Lines Ich hatte fast diese scheiß Telekom-Kack fertig Ja Da brecht mich immer Warte mal Wo, wo warst du denn? Ich war oben, oben links bei diesem komischen Telekom-Kasten Und habe die Gabeln verbunden Also In zukünftiger Ausbildung Halt deine Fresse AHHHHH TOTE MÄNNER RÄSCHT Du wolltest mich jetzt eben Zwangsdiefen holen sollen Ich habe keine Lust mehr auf dieses Kackspiel Ich wollte gerade von unten hoch gehen Warte Kamera leer Also Ich bin von außen gekommen Von rechts, oder? Äh Ja Also warte mal Ich, ich komme von unten Du kommst rechts Und Ben ist drinnen Ja Dornbusch Okay Gut Es kommt davon, wenn man Wenn man Wenn man seinen Studioarm zu laden Seine Akkulatestation stellt Meine ganze Hand ist jetzt schwarz Was? Was ist obvios? Was? JORGE Christian kann es jetzt entscheiden Ich Ich Junge, wenn ich ein Poster bin Dann leuchte ich meinen YouTube-Kanal Wenn, wenn Tristan jetzt im Poster ist Dann, dann Lass ihn dir den Arsch ab Komme ich dann 100 Euro? Wenn du ihn bekommst Du kriegst du 100 Euro Ja, weil das ist einfach Wie auch nicht gerechnet Ich wollte mich Welle war Welcher Hurensohn von euch hat für mich gewotet, Alter? Ich Ja, ich natürlich Du warst das Einzige da drin The fuck Also, wie ich das bin, Alter Ich kotze mich hier die ganze Zeit an Ich spiele mit meinen neuen Magnetkabeln rum Junge Hättet ihr einfach mal auf Basti Oder mich gehört, ne? Ja, aber nein Ihr müsst ja alle behindert sein Also, wie könnt ihr nur so behindert sein? Was? Ist jetzt wahrscheinlich die Runde? Ja, ja Äh, ich hab gerade, äh Ey, Ben So ne dummes Dread gemacht Also, der war halt unbeleid Ich weiß Ich weiß Ich weiß Oh, Leute, wir spielen jetzt noch einer Komm, ne? Das wär sick, wenn ich das noch nicht rausbringe, Alter Xa Amazon Music Was ist die? Ich möchte einfach nur recorden Mit ne Folge ab Und dann schneide ich das richtig schön Dann mach ich gleich noch Thumbnails Und dann Ich glaub, das ist einfach nur Casino hier, was ich hier mache Lager verdrahten Julian ist tot Jedes Mal unterbrecht ihr mich bei fucking Kabel Julian ist tot Jedes Mal Hat einer Julian gesehen? Nö Ne Ne, hab ich schon seit einer Woche nicht mehr gesehen Wer, wer war wo? Welche Seite war wer? Ich war bei Weapon Die Seite war der Ich war in Edmund unten Die Seite sagen Links Ja, ich war in Mitte Ja, also entweder es ist Lucas Ich auch Ich hab gerade mein Bildschirm kaputt gemacht Du hast mich ja gerade in der Mitte gesehen Wo war er denn? Ja Aber du bist von rechts gekommen Und Julian konnte nicht links sein Weil Julian nicht Ich bin von oben gekommen Ich bin von oben gekommen Ja Aber guck mal Du wärst Ja Du kannst trotzdem von rechts sein Weil nach links bist du nicht gegangen Weil ich und Sascha da waren Ja, ich weiß Ich bin nach Elben Also entweder Dann nach unten Und nach unten Nach Storage Und hab dann gesehen, dass ich noch ein Cafeteria oben den Trash-Task habe Ja Also ich tippe, dass es Tristan Oder Lukas ist Leids waren aus Es könnte auch sein, dass es Sascha gewesen war Sascha war bei mir und Luke und Julian ist nicht mit nach links gegangen Nein, Julian ist nicht mit nach links gegangen Ja Und du hättest Aber keine Ahnung wo der hin ist Er könnte rechts hin auch zu sein Und du hättest von dort Cafeteria wenden können Wo hast du denn reportet? Ich hab nicht reportet Oh, sorry Ich hab gesehen, dass er tut es Was hat Ben jetzt gemacht? Ich habe auf meinem Controller was aus Versehen gedrückt Sorry Oh Sorry, ich hab aus Versehen Ich hab aus Versehen Tristan gevoortet Sorry Du rührendsohn Ja, sorry Ich hab du's raus gesehen Wenn ihr mich jetzt rauswortet Ey, wenn ihr mich jetzt rauswortet Ich fick euch Ich hab aus Versehen Tristan gevoortet Ich hab aus Versehen gevoortet Weil er nicht gevoortet hat Ja, sorry Tristan Das tut mir leid Entschuldige mich sogar Du rührendsohn Ich hab Tristan gevoortet Wieso hast du Tristan gevoortet? Wieso hast du Tristan gevoortet? Wieso hast du Tristan gevoortet? Gibt, dann ist es vielleicht ein Preis Danke Dann komm Ach du Scheiße Wieso hast du Tristan gevoortet? Hmm, lecker, lecker, lecker Oh, guck mal was da noch ist Oh, guck mal was da noch ist Aber das seid ihr Scheiße Ich glaube eigentlich Ich glaube eigentlich Man hätte nicht more obvious killen können Und warum hast du mich Guardian Angel nennen lassen? Bist du irgendwie komplett neuig? Also for real Weiß ich jetzt gar nicht Weiß ich jetzt gar nicht Weiß ich jetzt gar nicht Ich hab jetzt noch eine Runde losgelassen Damit ich runtergehe Weil du Imposter warst Ja, aber anscheinend ging's ja nicht Ja, wie ist denn das jetzt? Zocken wir jetzt noch eine Runde Oder gehen wir jetzt? Wir können fasten Also wir zocken jetzt nicht noch eine Runde Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen Meine Freunde Herzlich willkommen Abonniert mich auf diesen dummen Dreckskanal Ich hab übrigens auch noch einen Reactionkanal Und ja, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Mir hat's überhaupt nicht gefallen Aber lasst trotzdem bitte ein Live da Ich möchte ganz gerne endlich mal ein Famous YouTuber werden Ich hab da gesagt, dass meine Videos keiner so aussieht Ich hab auf meinem Hauptkanal irgendwas geiles hochgeladen Schaut dann mal vorbei Bis zum nächsten Mal